Interessante Partie der Oberliga Nordheit. Wir sind gerade in Halle, haben uns Halle gegen Tilburg angeschaut. Endergebnis 4 zu 2 für Halle. Sehr interessant Spiel. Einige Erkenntnisse herausziehen können von beiden Mannschaften. War sehr hohes Niveau. Erster gegen einen vierten war es heute. Halle hat somit seinen vierten Platz verteidigt. Tilburg ist sowieso unangefacht und ganz vorn. Höchst interessant. Jetzt packen wir es wieder an.